Musik Wir wollten Produkte in einer Operationsfolge fertig machen und haben mit den Partnern DMG Mori, Firma Schunk und Firma Kressl eine super Lösung entworfen. Musik Also die Firma Plasso und Teurer ist Weltmarktführer im Gleismaschinenbau. Wir sind mittlerweile in 110 Ländern vertreten mit unseren Maschinen und haben über 17.000 Maschinen verkauft. Wir bauen Anlagen für die Gleisverlegung, für den Austausch vom Schotter, für das Stopfen der Gleise. So quasi nivellieren wir die Gleise wieder ein und das in einer Genauigkeit von sage und schreibe 0,3 Millimeter. Die Kernkompetenzen von Plasso und Teurer beginnen bei der mechanischen Fertigung und gehen über die Montage bis hin zum fertigen Produkt. Das heißt, wir haben eine sehr intensive Fertigungstiefe und wir bauen das Produkt wirklich vom kleinsten Teil bis zum fertigen Produkt auf. Der Stellenwert der mechanischen Fertigung bei Plasso und Teurer ist enorm hoch. Wir investieren in die mechanische Fertigung, modernisieren uns und setzen sehr stark auf multitechnologische Anlagen. Wir haben mit den Partnern DMG Mori, Firma Schunk und Firma Kressl eine super Lösung entworfen. Wir fertigen Hydraulik- und Pneumatikzylinder, dass sie bei einem Stoppwackelgrad die Pickel, die Schränklager in die richtige Position bringen. Wir haben uns entschieden für die DMU 85, das ist eine 5-Achs-Bearbeitungsmaschine. Wir haben dazu genommen das BRZ mit 17 Paletten. Wir haben ein Werkzeugmagazin von 303 Werkzeugplätzen. Wie wir uns für diese Maschine entschieden haben, haben wir mit der Firma Schunk eine Spanlösung gesucht. Und da innerhalb von eineinhalb Wochen haben wir ein Konzept gehabt, wo wir dann gewusst haben, das ist das Richtige. Das Besondere an dieser Lösung ist eigentlich die Art und Weise, wie an dieses Projekt herangegangen wurde. Es wurde das Projekt gesamtheitlich betrascht. Es wurde zeitgleich der Maschinenkauf sowie die Auslegung der Werkzeuge und auch die Spannsituation berücksichtigt. Mit dieser Lösung sind wir maximal flexibel abgeschüttet. Wir können Zylinder bearbeiten, wir können Einzelstück bearbeiten, wir können Mehrfachspannungen machen. Pendellaufzeiten sind das, wo die Firma verdient, wo wir Effizienz gewinnen. Und das war ganz wichtig. Wir haben durch diese Anlage können wir mehr Maschinenbedienung der Mitarbeiter machen und sind dadurch sehr wirtschaftlich. Gerade wenn es um maßgeschneiderte Lösungen geht, ist Schunk ein starker Partner. Wir haben am Markt das breiteste Portfolio an Standard-Spanntechnikprodukten und jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion, Auslegung und Fertigung von Sonderkomponenten. Und diese Kombination macht es, dass wir wirtschaftliche und technisch saubere Lösungen für unsere Kunden realisieren können. Ziel von Blasser und Teurer ist auch, natürlich maximal flexibel zu sein. Auf dieser Maschine werden sowohl Einzelteile gefertigt, wie auch eben die Zylinderrohre in diversen Ausführungen. Und wir haben eben geschaut, dass wir Vorrichtungen zustande bringen, wo wir so viele von diesen Bauteilen wie möglich mit demselben Spannmittel abdecken, wo auch wenig wie möglich Umrüstaufwand betrieben wird. Das Besondere an dieser Lösung ist einfach diese maximale Flexibilität. Also von angefangen von der Einzelteilfertigung mit unserem Fünfachspanner bis hin zu der Turmlösung, Mehrfachspannung, wo wir einfach mit demselben Spannmittel nur durch Wechseln der Sonderbacken realisieren können, dass wir die unterschiedlichsten Bauteile spannen können. Bei dem Projekt haben wir drei verschiedene spannende Varianten im Einsatz. Für die größten Bauteile der Doppelwinkel mit Schraubstocklösung und Sonderbacken. Dann das selber auf einem Würfel, wo eben dann vier Seiten bespannt werden, auch mit Zentralspanner von unseren Sonderbacken. Und das dritte ist eben die universelle Lösung. Einfach ein Fünfachschraubstock auf der Palette für Einzelbauteile. Aus meiner Sicht wird bei diesem Projekt das Optimum herausgeholt hinsichtlich Flexibilität, Rüstaufrand und Spindellauchzeiten. Die Zusammenarbeit mit der Firma Schunkometer für immer größer war hervorragend. Wir haben sehr kurze Reaktionszeiten gehabt. Wir haben das Bestmöglichste aus dem Projekt herausgeholt und sind sehr zufrieden. Wir haben das Bestmöglichste aus dem Projekt herausgeholt. Untertitelung des ZDF, 2020